Kunst ist für mich eben keine Sonntagsrede oder keine Sonntagssituation, sondern es ist, wenn ich es auf einen Nenner bringen wollte, ist es sowas wie eine Poesie im Alltag. Weil auch das ganze künstlerische Tun für mich sehr stark im Alltag verankert ist. Und es wird heute so wahnsinnig viel konstruiert, eigentlich unser ganzes Leben. Ich empfinde es als sehr, ich sag einfach mal angenehm, als sehr angenehm, wenn einem die Dinge entgegenkommen und wenn man sie einfach greift, wenn sie vorbeifließen oder vorbeigehen, dass man sich das einfach nimmt. Und das deshalb, weil man aufmerksam ist. Ich glaube, diese Übergangssituation, die bleibt, egal was ich für Dinge mache. Ich glaube, das heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass man die Dinge selbst, die man meint, nicht direkt fassen kann. Sondern, dass man eben, während man sich damit beschäftigt, immer in irgendeinem Zwischenraum steht, wo sie sich dann abspielen. Aber eben nur in dem Übergang von einem Stadium oder einer Stufe zur nächsten ist es plötzlich da. Und wenn ich es packen will, kriege ich es nicht. Und das ist einfach auch sehr flüchtig. Aber es stellt sich immer wieder ein, wenn man sich mit den Sachen beschäftigt und drauf guckt. Ich hatte eine Art Zentralpunkt und das lag in etwa hier in diesem Bereich. Und von diesen drei oder vier Bildern ging die ganze Sache aus. Weil ich hier die Qualität von Rot in ganz unterschiedlichen Dimensionen habe. Das ist, wie bekannt, eine Permosa-Skulptur. Und mich hat sehr fasziniert, als ich das mal gesehen habe, dass Permosa den Marmor wirklich wie Blut auch verwendet. Das ist ja nun auch der leidende Christus. Und ich denke, allein als ich die Figur gesehen habe, hatte ich schon das Gefühl, das ist sehr, sehr ausdrucksstark. Das war eine Situation, die mir begegnet ist auf der Straße. Da fuhr ich mit dem Auto und kurz vorher war offensichtlich dieser Igel überfahren worden. Und das kostete mich schon eine ganz schöne Überwindung, da auszusteigen und das zu fotografieren. Das hat tatsächlich bei mir zu tun mit der Nähe von Schönheit und auch Abgründe von Schönheit. Das gehört einfach dazu. Deshalb habe ich vorhin erwähnt, dieses Gedicht von Baudelaire, ich glaube, auf das ich Rilke bezogen hatte, geht es einfach darum, dass man, um wirklich das Leben zu erfahren, hat es einfach auch mal anschauen müssen. Es gibt ein bestimmtes Bild, da habe ich mit Ziegelsteinen gearbeitet. Das heißt, ich habe das faktisch so gemacht, ich hatte oben ein Bild, eine Fotografie drauf, womit ich damals gearbeitet habe und habe dann einen Stein davor gesetzt. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, der Stein selbst braucht noch mal eine Bildfläche. Und dann habe ich sozusagen auf dem Boden ein Bild aufgespannt, also eine Leinwand aufgespannt und dort den Stein draufgelegt und habe von dort her angefangen zu malen. Und plötzlich hatte ich meinen aufgeklappten Raum, das heißt, das Wandbild blieb. Und davor kam noch mal ein Unterteil und das Ganze wurde eine Bühne, eine Bildbühne. Das hat mich schon immer irgendwie interessiert, wie das Bild in den Raum, sich den Raum ergreift. Das ist immer das Spiel zwischen Körper, dreidimensionalem Körper und abstrakter Bildfläche, die mich interessiert. Also ich war damals auf der Suche nach Barockbildern und dann sah ich diese plastische Kanzel und dachte, also das ist es. Da wögen sich die Dinger ineinander und da verschnörken die sich und gehen diese Spiele miteinander ein. Und dann wusste ich, diese müsste es jetzt sein für meine Fotografien. Da habe ich auf kleinem Raum die gesamte Plastizität, um die es mir geht. Und als ich diese Bilder dann hatte, dann war mir klar, dass die Bewegung, die da drin liegt, in eine reale Bewegung übersetzt werden müsste. Ich bin keine Tänzerin. Insofern brauchte ich jemanden, der oder die damit, also diese Bewegung aus den Formen rausholt und aus der Bewegung, die ja drin ist. Also allein in der realen Kanzel und natürlich auch in dem Bildmaterial. Ja, ich habe einmal ein Kreuz gelegt, weil ich damit zwei Achsen habe. Das ist hier, würde ich mal so nennen, eine räumliche Achse, die in Bezug zur Kanzel hat. Und das ist eine Art zeitliche Achse, die einmal das Rausgehen aus der Tradition, also das Barock ins Freie, also auch in die Jetztzeit, ins Heute durch das Fenster anzeigt. Und zum anderen hier auf die von mir beobachtete Situation des Ganzen führt. Das heißt, ich werde die Performerin hier beobachten, wie sie die Flächen berührt und dort ihr selbst dann als ein Rückbild von ihr wieder bieten. Und zwischen diesen beiden, also der Selbstreflexion sozusagen und dem Ausblick ins Freie, ins Heute, kann sie sich auf dieser Zeitachse, so nenne ich das mal, bewegen. Ja. 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 Amen. Amen. Es ist wirklich ein Sog, die die Bilder haben und ich habe deshalb eigentlich auch diese Achse so gelegt, dass sie sich befreien kann, dass sie wirklich raus kann in die heutige Zeit, denn die halten was fest. Die halten sie auch fest. Also die Zwinges auf, auf jeden Fall sind sie sehr dominierend für meine Bewegung oder für meine Impulse, die ich bekomme. Ich versuche sie aufzubrechen, aber man kommt schon wie so ein Sog immer wieder rein. Das war hier auf diesem mittleren Stück, da hatte ich das Gefühl, dass sie Linien aus dem Bild holt und das kam mir so vertraut vor, vor meinen eigenen Leinwänden und sie erinnerte dann mich dran, dass sie mit ihrem realen Körper diese Bewegung gemacht hat. Sie sagte vorhin, glaube ich, es war für sie wie Wasser und dann kam mir diese Idee mit den Wasserfontänen, also P-Wasser, also es stieg wirklich was in den Raum hinein. Und dieses, also im Grunde die Spannung zwischen Erde und Himmel, also die Energien, die sich dazwischen irgendwie finden, die zu packen zu kriegen. Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Das ist es. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Vielen Dank.